willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsen auf dem account der lehrer es freut mich dass euch das ja wir können es ja noch nicht so nennen aber das free to play projekt ganz gut gefällt aber ja man man könnte sich jetzt natürlich den ganz vielen lost ftp also free to play jemand hatte auch gefragt was heißt das eigentlich free to play also das f2p heißt halt dafür die zahl 2 steht halt das to schreibt sich eigentlich natürlich anders aber letztendlich ist es damit gemeint also free to play spielen und das was man natürlich als free to play spieler tunlichst vermeiden sollte ist hier unten rechts draufklicken auf den shop denn hier gibt es ein paar pakete ich muss mal wieder feststellen je kleiner das rathaus desto weniger pakete also wenn er das bei einem rathaus 13 macht dann stehen da schon ein paar mehr pakete heute und aber für 1 euro 9 ist das gar nicht mal ich weiß gar nicht ob das teuer oder billig ist könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben wer sich das paket gegönnt hat für 19 zwei forschungstränke und drei trainings potions ist natürlich nicht schlecht hier für mich als rathaus was bin ich ich bin mittlerweile ja rathaus 5 und habe es schon so ein paar sachen ausgebaut ihr seht dass ich bin mit meiner super truppe unterwegs und habe natürlich auch hier erst mal die kobold angestoßen also die goblins zum weiter leveln zwölf stunden noch ja jetzt dauert es auch schon so ein bisschen ihr seht ich mache ich mache so dass was gerade so geht so will ich mal sagen der mit drei bauarbeitern ich muss dringend den den vierten bauarbeiter haben allerdings kostet der auch mal eben schlappe 10 euro 99 1000 gems ok 1000 gems die kann man natürlich irgendwo herbekommen dass das einfachste ist man guckt hier mal rein was es so an errungenschaften gibt die man schon im kleinen rathaus level machen kann und dazu gehört natürlich auch hier oben also man muss leider alles an james mitnehmen das ist einfach mal so dass man die sachen ausbaut wo es natürlich auch was für gibt das heißt also acht stunden haben wir dahin den schon mal auf 9 ich weiß gar nicht ob der auf 10 geht muss ich mal gucken aber was ich natürlich immer mache sind die armeelager ganz klar ich mache immer die armeelager hoch ich habe jetzt auch schon 120 truppen mittlerweile kann zauber zauber braun das heißt also auch die zauberfabrik ist bei mir schon gebaut das was mir jetzt eigentlich noch fehlt leute ist ein dorf finden wir mal ruhig wenn ihr ein cooles ein cooles rathaus level 5 dorf habt ein link rein in die kommentare den kann ich mir dann da rausnehmen und da muss ich jetzt nicht anfangen den basebüder zu bauen klar könnte ich natürlich jetzt nach in sein rathaus oder townhall fünf bases schauen aber naja klar ich bin faul das wisst ihr und deswegen brauche ich immer so ein bisschen eure eure mithilfe aber was wir natürlich auch machen wollen wir wollen natürlich auch einen klaren kreieren create klar dass das hat man nur immer dann wenn man keinen klaren hat und ja man könnte jetzt natürlich sagen die beschreibung wie soll er heißen sowie soll dieser klaren heißen was meint ihr soll sollen wir uns dem anschließen und auch den lost ftp nennen free to play oder kann er auch einen anderen namen haben vielleicht wo weiß ich nicht pur free to play irgendwas mit ftp muss rein aber da könnt ihr gerne mal was in die kommentare reinschreiben denn ich werde die kommentare einfach mal sammeln und ich denke mal so die besten drei vier vorschläge die werde ich dann im community tab einfach auslosen lassen das heißt also wir voten das ganz normal aus damit das dann jetzt nicht heißt hier der tote bestimmt einfach den klaren namen nein den möchte ich ganz gerne mit euch bestimmen ich glaube das ist ganz fern der stelle denn es soll ja ja klar es sollen free to play karen werden aber da kann natürlich jeder eigentlich rein der free to play ist aber ich möchte schon kleinere rathäuser haben ihr könnt jetzt schon eins anfangen ich warte auf euch also ich puste den jetzt nicht ich mache ganz ganz normal das sollte die auch machen und wenn ihr dann so rathäuser habt ihr halt reinpassen dann haben wir einen clan wir haben paar accounts da drin und dann wächst das ganze free to play projekt hier sicherlich klar können hier dann auch mehr 13 reihen 12 reihen ich meine ich habe selber bis auf zwei accounts alle anderen accounts von mir free to play die würden hier alle reinpassen aber ich möchte natürlich so ein bisschen im normalen clash of clans ich nenne es mal so beginner alltag hier mit mit euch beginnen und es würde mich natürlich freuen wenn ihr genauso fand wie ich hier nämlich mit den mit den kobolden only aber irgendwann geht es natürlich nicht mehr irgendwann geht es nicht mehr und dann müssen wir vielleicht doch noch so die ein oder andere truppe dazu dazu bringen um hier so ein bisschen tiefer in die ressourcen reinzukommen gerade später wenn es dann darum geht so ein rathaus 7 anzugreifen wo man dann irgendwie ans dunkle will oder so was dann nicht mehr draußen ist ich glaube da macht das schon sinn okay wir können aber mal so eine base hier mitnehmen ich muss mal eben mal eben schauen wir haben hier nur ein einzigen wir sagen wir dann eigentlich nur ein einzigen ich glaube ein einziger reicht nicht für den minenwerfer hier oder oder reicht der eine der reicht nicht reicht nicht okay der reicht nicht haben wir jetzt gerade festgestellt dann müssen wir den den minenwerfer einfach hier immer rechts links hinschießen lassen damit er sich immer schön dreht und wir kommen hier irgendwo in die base hier rein okay da sind wir jetzt schon mal drin dann gehen wir auch auf der ecke hier mit mit unseren goblins rein und schicken die hier immer ja ich schicke die so dass der sich immer immer jetzt gehen muss denn das ist natürlich unsere größte gefahr da müssen wir dann doch mal zwei mitnehmen glaube ich oder ach mist ein bisschen ärgerlich ist das schon aber kriegen das rathaus kriegen das rathaus ja wohl das rathaus kriegen und wir kriegen auch die ressourcen also noch geht so der ist auf 0 hier und jetzt gehen die natürlich auch auf die defensiven gebäude also auch mit only kobolden schafft man solche solche dörfer hier ist einfach so ihr seht das easy peasy hier schießt das schon nicht mehr nur noch der olle dieses kleine obwohl er war schon auf level 200 wasch ohne da haben wir noch eine kanone da mal sehen holen wir uns den vollen bonus 70 prozent passt glaube ich leute ja wunderbar so kann man es machen aber warum hatte ich eigentlich nur ein zauber dabei kann ich nur ein bau noch was ich kann doch eigentlich zwei bauen so ich kann zwei bauen ach ich habe nur einen in der pipe okay ich habe nur einen in der pipe der frisst ja zwei plätze ärgerlich aber was wir schon machen können quick train und zwar 120 hier er wollte den zählen wir mal und trainieren den auch den zweiten zauber haben wir ja und so kann das natürlich jetzt ganz locker hier weitergehen also ihr denkt euch bitte einen namen aus und dann machen 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 wir klaren auf gar keine frage freut mich wenn euch das projekt freut dann freut mich das natürlich auch dass ich mal wieder so ein bisschen was mit euch machen kann abseits der der hohen liegen der riesen rathäuser und so weiter haben wir sicherlich eine menge spaß und können uns hoffentlich dann gegen die anderen free to play clans hier behaupten beziehungsweise betteln auch hier im nachtdorf habe ich angefangen natürlich auch hier für die gems allerdings war hier fehlen mir hier fehlt mir glaube ich noch was ich muss mal eben schauen mir fehlen hier nämlich noch 300.000 für das nächste armehlager ne 180.000 und die ganzen mauern die gerade sind ziemlich teuer 4000 pro im moment kann ich kann ich gar nichts bauen hier kann ich gar nichts bauen das heißt ich muss hier auch ab und zu mal angreifen auch wenn ich gar nicht will denn die dörfer werden auch hier nicht nicht leicht aber wir nehmen mal das rathaus glaube ich mit hier ich habe glaube ich auch schon bogenschützinnen beziehungsweise die heißen ja gar nicht so hier die heißen ja schleichschützen jetzt habe ich schon alle gesetz ich wollte gerade noch mehr setzen okay ach diese kleinen niedlichen dörfer ich liebe das naja aber so kommt man hier voran und so startet das game das wisst ihr selber wer mehr accounting spielt und mir macht das ja auch ein bisschen laune immer mal so ein bisschen ist auch ein bisschen clash of clans ganz abseits der anderen sachen 50 prozent haben wir hier immerhin geholt und tagestellen gibt es ja noch nicht ich habe kann pass ja noch nicht spielen pass geht erst ab rathaus level ab wann geht denn pass eigentlich sieben und clanspiele gehen ab rathaus level 6 aber wir haben gewonnen wunderbar und ja ein clock tower habe ich noch nicht das dauert da noch ein bisschen und dann machen wir mal mit unseren goblins weiter es macht wirklich es macht wirklich laune eigentlich müsste ich die kobold mission spielen denn die geben auch noch mal paar paar gems hier wo sind sie da 50 sterne soll ich da machen okay da muss ich dann aber wahrscheinlich damit ich das da etwas einfacher habe hier in den missionen hier vielleicht doch dann schon nicht nur kobolder haben weil die gehen dann halt ganz ganz am ende erst auf die defensive und das packen die hier nicht wird das einfachste ist das macht man mit mittel und irgendwann mal denn da hat man überhaupt keine gefahr aber dafür müssen man die kaserne dann auch wieder ausbauen kosten auch ein bisschen was zwölf stunden wir haben alle zeit der welt wir haben alle zeit der welt und farm hier schön mit den kobolden weiter ich bin mal gespannt wie lange ich das durch halte nur mit den kobolden hier zu fahren letzt letztendlich kannst du das ganze spiel damit fahren muss gar keine andere truppe nehmen du machst du die anderen truppen natürlich auch hoch um sie mal zu spielen im ck oder so aber zum farm reichen hier absolut die kleinen grünen hier dafür sind die nämlich da deswegen reite ich da auch immer drauf rum wenn ich in den leistungs dorf besucher auslos oder so sage ich immer leute macht euch die kobolde hoch das ist eure armee und damit holt ihr die meisten ressourcen heraus ja schön dunklen hintergrund habe ich schon beziehungsweise die dunklen wolken die hellen gefallen wir wirklich nicht mehr 96 ok aber wir schaffen ja wieder nicht den minenwerfer da oder ist auch das im rathaus 5 auch schon das machen wir denn da wie machen wir das da ja was machen wir da wie machen wir das da dann gehen wir hier mal rein der hat auch schon schöne schöne starke lager und einmal von hier durch die durch die mauer durch da sind die jetzt gleich auch schon durch ja klar der minenwerfer schießt wieder also wieder doppelt gesetzt hier ein paar von da 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 was jetzt dann an lagern über bleibt oder beziehungsweise am sammler über bleibt das blitzen einfach weg denn die minen und sammler kann ich natürlich weg blitzen beziehungsweise die kann ich gar nicht die lager kann ich nicht weg blitzen die minen und sammler glaube ich kann ich kann ich glaube ich nach wie vor blitzen oder lass mal gerade blitzen hier da geht noch was an ressourcen ja ok da geht noch was an ressourcen nur die die lager lassen sich da nicht blitzen neuer gut 30 und ich keinen hat er kein schlück gekriegt hat leider kein schlück gekriegt ok ich werde nicht immer nach freue mich auf jeden fall dass ihr hier am ball bleibt sollte auch nur kurz update folge sein also wir suchen einen klaren namen ihr findet mir den bitte unten rein ich sammle die besten dann zusammen dann losen wir gemeinsam im community tab aus und dann denke ich mal haben wir nächste woche unseren clan hier dann könnt ihr hier rein schauen also macht euch schon mal kleinere accounts ich werde ihn hier auch dann umbenennen mit in lela ftp denke ich mal und dann sehen wir uns in weiteren folgen mit mir auch dann von den anderen rathausstufen wieder aber wir wollen hier so ein bisschen am ball bleiben ich benenne das ganze jetzt auch immer projekt ftp und irgendwann hat das ding ja namen und dann machen wir hier in jedem fall weiter ich hoffe das kurze update video hat euch in jedem fall gefallen wenn ja dann lasst mir jetzt am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen am kanal dranbleiben in die live anschauen am wochenende abends also freitag samstag und vermutlich auch sonntag müssen wir mal schauen bis dahin euer toto plasht plasht